Absolut top! Der hat uns auch Geheimnisse gezeigt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich fand es ganz toll und es hat mir richtig Spaß gemacht. Das heißt, der Seminar hat sich für dich so richtig gelohnt? Absolut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.